Ba 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 da ba ba So das ist alles wieder bei Choose Your Weapon Gaming News Wir kommen die Woche vom 28. Januar bis zum 3. Februar Diesmal in Kurzversion, denn es gibt bald einen neuen Podcast Wir haben am 29. Januar Flughafen Feuerwehr Simulator 2013 Wupp 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 für diesen Simulator definitiv Dann haben wir Fit Music am 1. Februar Tanzen brauchte wahrscheinlich auch dieses komische Pad, auf dem sich die Leute stellen Das Körper fett und was weiß ich denn alles misst Und Ni No Kuni, der Fluch der Weißen Königin für PS3 Ebenfalls am 1. Februar Ein Japano-Rollenspiel, wie es nicht putziger sein könnte Ich hab schon fast gekotzt, als ich den Screenshot gesehen habe Auf jeden Fall, falls ihr drauf steht, holt euch das Game Ansonsten war's das, haut rein! Ey, die Lichter nerven so, das ist sogar mit Mütze Verdammt Das war heftig, das ist wie im Studio 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 Ich nenne es Studio Also wir im Studio Also wir von der Technik sind sehr froh mit der Beleuchtung, die wir hier erschaffen haben Also wir im Studio nicht I can't see shit Die Sache ist halt, es ist halt wirklich scheiße hell Kann man nicht irgendwie indirekt das Licht machen, so ein bisschen wärmeres Wie? Schmuderes Licht Schmuderes, wärmeres Licht Wie ist das rosa Licht, Alter? Möchtest du Licht haben, mein Freund? Lass mir an Möchtest du Licht Möchtest du Licht